So, willkommen zurück beim FM20, heute gegen St. Pauli. Und ja, wie man sieht, so bis Rang 7 ist, ja, ne, eigentlich nur bis Rang 6. Ist hier alles eng beieinander, Bochum ist schon ein bisschen außer der Wertung, aber haben jetzt die letzten 5 Spiele auch, 4 Siege, ein Unentschieden, nicht schlecht. So, und jetzt wie angekündigt, Anton auf der Außenverteidiger-Position rechts, Albonotz hier wieder, Franke ist ins Kader gerutscht für die freie Position von Anton. Wutschi hat mal gesehen, fünfte Gelbe, allerdings, die eine war im DFB-Pokal, das heißt, er hat vier gelbe Karten, steht jetzt natürlich auch vor der Sperre, noch eine gelbe Karte. Teuchert war dicht dran am Treffer, wir geben ihm jetzt noch mal eine Chance in diesem Spiel, also, da muss er unbedingt treffen, und wenn er nicht ist, dann kommt, rückt wieder bei Dant ins Team. Ich meine, er hat solide Leistung gebracht, recht solide Leistung. Ihn jetzt an dem Einspiel da festzumachen, würde ich ein bisschen unfair finden, deswegen bleibt das erstmal so. So, was anderes, Jung 45 Minuten Spielzeit, Ostschulek 45 Minuten Spielzeit empfohlen, und Prip mit 75, die sitzen auf der Bank, Schulz ist wieder raus von der Bank, unser Notnagel, und dann haben wir noch Horn, habe ich auch rausgenommen, obwohl er super gespielt hat im letzten Spiel als Albonotz-Ersatz auf links, aber wir müssen unbedingt Ostschulek ein bisschen Spielpraxis verpassen, und wäre nicht schlecht, wenn er sich da recht gut anstellt, ein paar gute Noten bekommt, weil wir wollen hier im Winter abgeben, weil wir unbedingt Geld generieren müssen. So, jetzt haben wir noch gequatscht, ab geht's nach St. Pauli. Leicht defensiv. Schauen wir mal, wie es wird. So, Teuchert hat eine ganze Weile nicht mehr getroffen. Glauben Sie, dass er kann den Bann heute brechen? Ich bin zuversichtlich. Und Ron Robert hat schon lange nicht mehr hinter sich gegriffen. Dazu werde ich nichts sagen, das bringt mir Unglück. Und steht vor seinem 200. Ligaspiel für den Verein. Ich freue mich für ihn. Mats Möller-Dehli. Oh, vor dem letzten 5 Spielen. 8,02. Haben Sie einen Plan, ihn aufzuhalten? Ich denke, das werden wir bald rausfinden. Wie wichtig ist er heute? Linden-Mainer. Dies ist ein Mannschaftssport. Diese Anstöße sind auch klasse. Die gibt es leider öfter. Was früher, in der letzten Version, in der davor, die Einwürfe zum Gegner waren, das sind jetzt, glaube ich, diese Anstöße hier. So, Albonauts. Wir ackern wieder viel über links. Auf Linden-Mainer. Mainer mit der Flanke. Haraguchi. Das war schön. Schon in der 8. Minute. Haraguchis 2. Saisontreffer. Nach Vorlage von Linden-Mainer. Das war wirklich schön. Albonauts mit dem Seitenwechsel. Und Mainer Findet sein Ziel in Haraguchi. Sehr schön. So kann es weitergehen. Wir müssen ja auch was für die Tordifferenz tun, wenn es da oben wirklich richtig eng wird. Es ist ja schon eng. Jetzt nochmal auf Mainer. Dux. Aber Himmelmanelt. Der macht Gott sei Dank nicht den Müller. So, Halbzeitansprachen brauchen wir noch nicht. Dux mit dem Freistoß. Uh, das war Franke, wa? Schön. Ganze Bank, äh, ganz durch die Bank alle solide an Bewertungen unserer Spieler. Das gefällt mir. Haraguchi sticht natürlich raus, ist klar. Die Torschützen stechen sowieso immer raus. Naja, Teuchert fällt jetzt ein bisschen ab. So, Elis. Maraguchi. Maraguchi. Hauptmann. Anzahlen aus der Distanz. Mainer. Freistoß. Haraguchi. Elis auf Linden-Mainer. Abseits. So, 1 zu 0. Und würde mal sagen, wir dominieren. Ballbesitz ist doch recht ausgeglichen. So, was machen wir denn? Jetzt kriegt er nochmal eine Warnung. Dass ich unzufrieden bin. Und dann müssen wir überlegen, ob Pfanne gleich auswechseln oder ob wir ihn wirklich durchspielen lassen. Ich denke mal, das machen wir abhängig von seinem Wasser, was wir hier noch von ihm zu sehen bekommen. Aber warum hast du denn nicht Vorteil laufen lassen? Mann, 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 Mann. Einige Schiedsrichterentscheidungen sind echt zweifelhaft. In Wirklichkeit halt auch. So. Ostigard. Hansorn. So. Anton. Linden-Mainer. Hansorn. Schickt Haraguchi. Der kriegt den sogar noch. Hansorn. Linden-Mainer. Wieder zurück auf Haraguchi. Haraguchi auf Albonauts. Albonauts. Haraguchi. Hansorn. Hansorn. Oh. Hat auch nicht viel gefehlt. Der schießt sich ein. Möller-Dahl. Möller-Dahl. so Franke Elis so ist er Abwehr nein Hansson spielt nach vorne auf Dux und der scheitert Ecke Albonorts Teuchert Kampf um den Ball Jörkeres kann ich nicht lesen ist das Isländer ich kenne den Kader von Pauli überhaupt nicht so 6,5 was ist denn das hier Fehler zwei Fehler ok Lindemainer hat vier Fehler wir bringen jetzt Herrn Weidand hat lang genug geschmort als Zielspieler und dann möchte ich gerne dass er geduldig spielt das hat im letzten Spiel ja gut geklappt dass er mehr Zeit da investiert in den und den Ball da zirkulieren lasst bevor er in bessere Schusssituationen kommt so Albonorts Hauptmann Albonorts schöner Schuss aber ist halt kein Grölgetter ich glaube der hat jetzt über 115 Spiele und nur ein Tor Albonorts mit der Ecke Lindemainer das war ganz schlecht Lindemainer hätte der Ball abgelaufen und Konter nee doch zu lange und Lindemainer Fehler von Pauli Dux und jawoll siebter Saisontreffer von Marvin Dux nach Vorlage von Mena er trifft gegen seinen alten Klub schön das ist mir doch glatten Lob wert Leute und das ist genommen ja da so wir wechseln wie mit zig Leute die Spielpraxis brauchen als erstes für Albonorts Ostschulek als unterstützenden Flügelverteidiger Timo Hübers ich würde gerne Dylan George mal wieder spielen lassen der hat es am nötigsten Remainer hier vorne ruhig die Attack Duty müsste aber Anton eher auf unterstützend gehen warte mal alles Kommando zurück hier dann machen wir was anderes du gehst auf seine Position da haben wir ja gesagt unterstützend Mena raus George rein Attack Duty Franke kann ruhig drin bleiben genau 7,1 Benotung ist schon in Ordnung Anton kann dann raus 7,7 hier ist schon in Ordnung als Flügelverteidiger unterstützend ja das war unser letzter Wechsel ja sehr schön sehr schön Franke auf Haraguchi Hauptmann Hanson George zurück zu Hanson George Albonorts Hauptmann Weidant Schöner Schuss da hat er jetzt mit dieser Aktion schon mehr gezeigt als Torch hat im ganzen Spiel George mit der Ecke und Hendrik Weidant und Dylan George zwei eingewechselte alles richtig gemacht würde ich sagen 3 zu 0 gegen Pauli richtig schön Weidant ist noch ein Tier im Kopfball also das heißt ein Tier also er hat es drauf so können wir es noch mal loben und dann fahren wir schön mit drei Punkten nach Hause gefällt mir gut Emil Hanson hat etwas abbekommen Verhärtung der Oberschenkel Rückseite bringt aber noch einen schönen Pass Haraguchi warum hast du den nicht geflankt Junge Komm Randa möchte nicht noch ein Tor kassieren 4 Minuten Nachspielzeit Einwurf Albonorts Hanson Albonorts Um Meidanta war da wieder Hanson George Hanson Hanson verliert den Ball hat vielleicht auch mit seiner Verletzung jetzt zu tun Elis aber zum Kontern zu langsam daher hätte jetzt der Teuchert gefehlt Danke und das war's Ah ne Da wurde nochmal Faul gepfiffen Freistoß Abseits Und das war's Sehr schön So aktuell Tabellenführer aber das heißt noch nichts da haben noch ein paar ihre Spielchen Soll zwar nichts sagen aber super Ergebnis und super Auftritt War's ja wirklich Bus geparkt Errungenschaft frei geschaltet aber das seht ihr glaube ich nicht Ein bis drei Tage verletzt das ist in Ordnung Ja wir übernehmen die Tabellenführung für einen Tag oder was Haraguchi mit dem Tor Ja loben wir mal Super die Chancen eingeleitet Das stimmt ja auch Falle mal Anton wieder Zehn Spiele ungeschlagen Sehr sehr nett Hat mir denn das letzte Gegentor Da ging Karlsruhe Eins, zwei, drei Vier Spiele Ohne Gegentor Wie sieht sich das denn jetzt aus Schauen wir nochmal Wir haben ja noch ein bisschen Zeit Jetzt noch ein bisschen Zeit auf der Uhr Gucken wir mal wie die anderen spielen Aguchi Show entzückt Unserem Co-Trainer Den wir immer zu den Interviews schicken So Scouting brauchen wir erstmal nicht Normalerweise würde ich mich da auch mit beschäftigen Aber jetzt bei dem Spielstand hier Wo wir nur eine Saison spielen Ist mir das egal Halt Wir waren einer der schlechtesten Hatten wir keinen Ich habe keinen Raum für Verbesserung Oh Vorstandssitzung Zur Diskussion für Verbesserung vom Verein Der Vorstand würde gerne ein Treffen abhalten Um eine Erhöhung des verfügbaren Transferbudgets zu diskutieren Ja gehen wir mal hin Na Martin Was hast du denn zu erzählen Wir würden gerne ihre Meinung dazu hören Ob das Transferbudget erhöht werden sollte Um die Mannschaft zu verstärken Natürlich Ich finde diese Idee großartig Wir sind hoch erfreut Dass sie unseren Vorschlag angenommen haben Wir werden uns um die Umsetzung des Plans kümmern Wir halten es für wichtig Dass wir ein gutes Miteinander pflegen Damit wir unsere Zusammenarbeit fortsetzen können Um hier etwas aufzubauen Jo Martin Gerade du So Was bringt er uns denn Transferbudget auf 3,86 Millionen Jetzt muss ich mal wissen Was ich schon geschoben habe Bei den Finanzen Das ist doch super Wir bräuchten Ostschilek jetzt gar nicht eigentlich verkaufen Aber Ostschilek ist allerdings auch schon Ist aber gerade 29 glaube ich Und der Vertrag würde eh nächstes Jahr auslaufen Wir haben auf der Position mit Albonauts den Vertrag verlängert Bis 22 Und aktuell Janis Horn Der auch nicht verkehrt ist Und auch von Köln kommt Genauso wie Hauptmann Geliehen Nicht bekommen Ein Backup Den Backup Der ist natürlich Nächste Saison Würde der weg sein Deswegen würde ich jetzt Auch wenn ich den Spielstand jetzt nicht weiterspiele Ich plane mir jetzt mal so Als ob ich es jetzt machen würde Horn würde gehen Ostschilek würde ich versuchen zu verkaufen Und ich würde dann jemanden Neues holen Als Backup Für Albonauts Ähm Ja Da würde ich dann halt einen nehmen Ja Einen durchschnittlichen Ich würde jetzt auch Nicht unbedingt einen Jungen holen Obwohl Der Verein fordert Eigentlich junge Spieler Ja Ja ich weiß nicht Gibt ja auch schon 22 Jährige Die sehr weit sind So wie ihr Horn Ne Man müsste dann jemanden anders aufbauen Als Ersatz für Albonauts Obwohl der ist mit 29 Ist der noch gut dabei Der kann locker noch 3 Saisons spielen Hier Da kommt das ja immer mit drauf an Können wir ja mal gucken Äh Die Grundfitness Ne Er ist bestimmt auch Wie schnell die körperlichen Attribute Eines Spielers nachlassen Wenn er seinen Zenit überschritten hat Und gut die Kondition Zwischen den Spielen erhalten bleibt Und der ist mit 16 Also der kann mit 34 Wahrscheinlich noch spielen Aber der ist schon Ein guter Also er war schon mal schlecht In anderen FM Teilen Aber so Das ist ein grundsolider Spieler Hat zwar Schwächen im Stellungsspiel Der mutigste ist ja auch nicht Der mutigste ist ja auch nicht Führungsqualität ist Eigentlich völlig egal Das heißt wenn eine Handvoll Spieler Das haben Dann reicht das Flanken Echt Bombe Man findet auf der Position Auf der Hauptposition Zumindest was beim 19er Selten Spieler Die vernünftig flanken können Die meisten haben da einen Wert Von 8 bis 10 oder so Außer man muss Zahlt richtig viel Geld Also das ist schon Geschätzter Wert 4,6 Millionen Ist schon Was Was haben wir denn überhaupt hier so Wer ist denn unser Wertvollster Spieler Ausgerechnet Zieler Anton Haguchi Haguchi ist auch schon 28 Ich glaube der ist Grundfitnesswert von 13 Okay Leute Nächstes Spiel Erzgebirge Aue Auf dem Programm Und dann würde ich sagen Euch noch einen schönen Tag Macht es gut Bis zum nächsten Mal Tschüss und Ciao Ciao Ciao